Noch bestätigen? Ja Asmodan, kein Heiler Hoffentlich nochmal gehst gleich ein Horizonteam von eben Wenn sie richtig rasiert Auf der Map ist er bei der Hand scheiße Jo, geht Also laut meiner Twitch-Anzeige steht da, dass gerade 111 Leute den Stream gucken Das ist sauviel Krass Ich gehe ab Bot Bot Ja genau, Illidan zu mir, das ist immer gut Ja 2 1 Gibt unser Verwandter für die Hilfe Asmodan, schuld? Ja, facket Ja, bei mir lags auch ein bisschen Ja, irgendwie gerade habe ich so lags gehabt Jetzt gehts aber Ich finde die Wachter-Animation hier ist saugeil Ich bedachte ich kurz sie haben Joanna Der Map ist aber der Hand scheiße Jo, geht Schmerz Ja Man lunkelt ab, hier gebe es Schätze zu Erbeuten Sie muss wissen hast du die Münzen unten? ich hab alle ja ja gut ich bin zwar fast draufgegangen aber ich hab sie alle gib ab ist grad ge- Achtung sind da weg ja scheiß Lachs ey ich bin weggerannt kommt alle mit Achtung ist weg geh ganz weg Schatz wenn Oli da ist kannst du wieder ein bisschen Oli wo bist du? Oli wo bist du? haltet sie auf schlampe wb und weg das war sehr gut das war sehr gut von mir sind von mir sind 2 plus Creeps habt ihr ein neues angefangen? ja 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 Achtung Achtung ja es ist ja immer da ne neue Karte ich hab 2 ich hab 2 ja ich hab mich ja wir haben die Tua unten ja ich komme Mario ist auch da ja ich komme Direkt abgeben Ja Ich block Jetzt müsst ihr blocken Jetzt kann ich wieder Schön auf die DD senden Hab Waller Nice Ich muss mich eben zurück Ja wir müssen ganz weg Merks Und abgeben Oh fuck Die Münzen man Ich hab kein Mana Send in der Mitte Geben ab Da wir holen sich die anderen Achtung sind hier oben Sind da Lauf Ja im Merks hab ich noch geschaffen Die stirbt auch noch Sehr nice Die stirbt auch noch Sehr nice Und dann abgeben direkt Zumindest einer Gleich haben wir Ultis Bleibt statthaft Wir haben eine Abmachung Schickt diese Küstenschiffer zu den Heilen Bin wieder unten Wenn wir den nächsten Teamfight gewinnen Machen wir Boss Achtung Schatz Geh weg Ja Sonja Sonja Du war gerade hier Jetzt Tychus Nice Du hast noch Hand frei Geh Nein Kriegen wir nicht Hat er doch Ja Steppt Boah Scheiße Die versuchen abzugehen Dann Ich dachte Die Hanno 2 Ignorieren Die Ewigkeit erwartet uns Ich hoffe ihr habt Lust Chests Hier runter Wir gehen oben Ich bin oben Boah nein Wir kommen Eine runter Nicht wieder aufstehen Gar nicht schlecht Die Meine Gut Hauptsache da hast du die Münzen Bis auf eine Achtung Ja Wenn wir abgeben Reicht Ganz weg Ich bin tot Holt sie euch hier Und weg Sehr nice Ja Jetzt könnt ihr sie kaputt machen Die können nix Musst nur aufpassen Jawohl Olli Ich habe Ulti bereit Endlich Sie haben alle gezahlt Ach Bin kümmert Jetzt geht der Spaß Lauf In der Tat Ich habe Ausversehes Falsche geskillt Noch nett Boss Achter Ja Jetzt können wir Boss Zu dritt Schaffen wir das locker Ach Scheiße Sehr schön Ich könne auch nicht abgebe Die sind so schlecht Jawohl Super Wir kennen Die Ewigkeit Wir kommen gleich in die Mitte Ich glaube es reicht Ja Hier Kampf jetzt Zwei fehlen Achtung der kommt Renn ganz hoch Die sind da Verstanden Shit Schaffen wir Stirbt Wir können gleich wieder Abgeben Ja Sehr schön Ich heile mich ein bisschen Mit meinen Tumoren Was Ja meine Tumoren Mit denen ich da alles verseuche Die heilen mich Ja Was mir denn kommt Soll er doch Ich habe gleich abgegeben Achtung der schmeißt seinen Scheiß Ach guck Achtung Nicht so schlecht positionieren Weg 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 Oh shit Blocks Boah das Modan darf auch nicht sterben Jetzt abgeben Jetzt abgeben Das reicht aber nicht Ja doch Asmodern hat noch acht Stück Ich gehe mal eben runter Da sind ganz viele Creeps Ja komplett weg Aufladen Dann heilen Und dann Sie haben alle gezahlt Ach wen kümmert's Jetzt geht der Spaß los Ich muss handeln Festung Zerstimmt Ich gehe mal Finaler Push hier Oh ne Dings will sterben Oh shit Raus Ah Schwert hingelegt Trottel Oh Schlampe Oh Schlampe Dich hole ich Dich hole ich Dich hole ich auch Schlampe Ich habe alle Münzen Hilf mir mal hier oben Wer Du Ich will gerade mal meine zwölf Münzen abgeben Asmodern kommt runter zu dir Ja ich bin fertig Ich komm mal rein Ich komm herauf 5 Sekunden Da kommt er Ja wei Jetzt können wir Boss eigentlich Ich muss aber das Creepset kaputt machen, ich schimmelde Front, ey. Biss mir nicht mehr. Fang schon mal an. Oh, wie schlimm. Puszu, mein Boss. Ja, was schau, mein Boss, Puszu. Ich glaube, ihr habt gerade ein Rohr verloren. Oh, der Wichser hat mich in der letzten paar Sekunden noch überholt. Scheiß Asmodan. Was sollen die Stats? 38 zu 8. Ja, ich bin ganz zufrieden für Tank. Ja, das war's jetzt auch für mich, ich muss auch bis die Hausaufgaben machen. Alles klar. Team 38, gegner fürs Team A. Dann haben wir Brake. Brake. Tim. Jo. Tim ist auf K noch. Ja. Ja. Jo, ich geh dann Hausaufgaben machen. Jo, bis dann. Tschüüüü.